Der Pudel Der Pudel ist ein sehr eleganter, stolzer und kluger Hund. Und ebenso sehr beeindruckend, wie die vielen Preisträger dieser Hunderasse bezeugen können. Doch hinter den blauen Bändern, den beeindruckenden Frisuren und dem königlichen Auftreten verbirgt sich ein anhänglicher Familienhund mit einer langen Geschichte und vielen Talenten. Pudel gelten als eine der intelligentesten Hunderassen der Welt. Sie sind sehr gut zu trainieren und eignen sich für fast jede Aufgabe, die man ihnen stellt, und sie werden ihnen Aufgaben geben wollen. Gelangweilte Pudel können zerstörerisch werden, wenn sie nicht körperlich und geistig stimuliert werden. Aktive Besitzer, die auf die Bedürfnisse ihres Hundes eingehen können, werden jedoch einen liebevollen, intelligenten, trainierbaren und loyalen Familienbegleiter finden. Interessante Fakten über diese Rasse Obwohl die Pudel von heute ein Leben in Freizeit und Luxus zu verkörpern scheinen, sollten sie sich nicht täuschen. Es sind echte Hunde, die für echte Aufgaben gezüchtet wurden. Auch wenn es kaum möglich erscheint, wenn man einen aufgemotzten Pudel im Ausstellungsring sieht, war die Rasse ursprünglich ein Wasserretriever. Sein Job war es ins Wasser zu springen, um Wasservögel für Jäger zu apportieren. Tatsächlich leitet sich der englische Name Pudel vom althochdeutschen Wort Pudeln ab, was so viel wie im Wasser planschen bedeutet. Und in Frankreich werden Pudel kenyisch genannt, ein Name der von Scheinkana abgeleitet ist, was Entenhund bedeutet. Sogar die aufwendige Fellgestaltung, für die die Rasse bekannt ist, hatte einst einen praktischen Zweck. Gestutzte Stellen erleichterten das Gewicht des Hundes und verhinderten, dass er sich an Unterwassertrümmern verheddert, während langes Haar um die Gelenke und lebenswichtigen Organe den Hund vor dem kalten Wasser schützte. Es gibt vier Größen von Pudeln, die alle zur selben Rasse gehören. Sie tragen gemäß des FCI-Rassestandarts die offiziellen Namen Großpudel, Kleinpudel, Zwergpudel und Tollpudel. Trotz der Größenunterschiede sollten die Proportionen des Pudels immer gleich sein. Der Großpudel hat eine Größe von 45 bis 60 Zentimeter. Der Großpudel wird auch als Königspudel bezeichnet. Die Namensgebung stammt aus dem 17. und 18. Jahrhundert, als französische Adlige den Großpudel für die königliche Jagd zum Apportieren einsetzten. Der Kleinpudel ist der nächst kleinere mit einer Widerristhöhe von 35 bis 44 Zentimeter. Beim Zwergpudel liegt die Widerristhöhe zwischen 28 und 35 Zentimeter. Der Tollpudel ist der offiziell kleinste Vertreter der Pudelfamilie. Ihre Größe liegt zwischen 24 bis 27 Zentimeter. In Amerika wurde der Tollpudel durch selektive Zucht weiterverkleinert und wird dort als Teacup-Pudel bezeichnet. Der Name Teacup wurde von Züchtern vergeben, die willkürlich beschlossen, noch kleinere Pudel als den Tollpudel zu züchten. Der Teacup ist keine anerkannte Pudelart. Es handelt sich lediglich um eine weiter verkleinerte Variante des Tollpudels. Unabhängig von der Größe sind Pudel für ihr verspieltes, aber würdevolles Wesen und ihre hohe Intelligenz bekannt. Wenn es um die Ausbildung geht, ist der Pudel ein Musterschüler, der sich bei Leistungssportarten wie Gehorsamkeit, Agility und Jagdprüfungen auszeichnet. Trotz seiner königlichen Erscheinung ist der Pudel kein Snoop. Er ist ein menschenfreundlicher Hund, der gerne in der Nähe seiner Familie bleibt, er fühlt sich einsam, wenn er für längere Zeit allein ist und ist immer für ein gutes Spiel zu haben. Highlights Wenn Sie Ihren Pudel verwöhnen und ihn nicht erziehen, wird er wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass er das Alphatier der Familie ist. Dies ist vor allem bei den kleineren Varianten wie zum Beispiel bei dem Zwerg und Tollpudel der Fall, die eher verhätschelt und nicht erzogen werden. Bringen Sie Ihrem Hund gute Hundemanieren bei und bestehen Sie dann darauf, dass er sie anwendet. Das zeigt ihm, dass Sie der Anführer des Rudels sind. Aufgrund Ihrer Intelligenz und Ihres verspielten Wesens ist Gehorsamkeitstraining unerlässlich, um den Geist Ihres Pudels aktiv zu halten. Ein Pudel, der nachdenkt und lernt, langweilt sich nicht und findet daher auch keine destruktiven Wege, sich zu beschäftigen. Das Fell des Pudels braucht viel Pflege, um schön und gesund zu bleiben. Die meisten Pudelbesitzer bringen ihre Hunde alle drei bis sechs Wochen zu einem professionellen Hundefriseur. Wenn Sie Geld für die Fellpflege sparen wollen, können Sie lernen, es selbst zu tun, aber das kostet Zeit und Mühe. Pudel haben oft tränende Augen, die das umliegende Haar verfärben können. Um Flecken zu vermeiden, wischen Sie das Gesicht täglich vorsichtig mit einem alkoholfreien Taschentuch oder einem in warmes Wasser getauchten Waschlappen ab. Geschichte Der Pudel ist eine der ältesten Rassen, die speziell für die Jagd auf Wasservögel entwickelt wurde. Die meisten Historiker sind sich einig, dass der Pudel ursprünglich aus Deutschland stammt, sich aber in Frankreich zu einer eigenständigen Rasse entwickelt hat. Viele glauben, dass die Rasse das Ergebnis von Kreuzungen zwischen verschiedenen europäischen Wasserhunden ist, darunter spanische, portugiesische, französische, deutsche, ungarische und russische Wasserhunde. Andere Historiker gehen davon aus, dass einer der Vorfahren des Pudels der nordafrikanische Babette ist, der auf die iberische Halbinsel eingeführt wurde. Danach gelangte die Rasse nach Gallien, wo sie wegen ihrer Jagdfähigkeiten eingesetzt wurde. Es wird auch allgemein angenommen, dass der Pudel von asiatischen Hütehunden abstammt und dann mit den germanischen Stämmen der Goten und Ostgoten reiste, um schließlich ein deutscher Wasserhund zu werden. Eine andere Theorie besagt, dass der Pudel von Hunden abstammt, die von den erobernden nordafrikanischen Berbern aus den asiatischen Steppen mitgebracht wurden. Sie sollen schließlich mit den Mauren im 8. Jahrhundert nach Portugal gelangt sein. Unabhängig von seiner Herkunft ist diese Rasse sehr alt. Abbildungen von pudelähnlichen Hunden zieren ägyptische und römische Artefakte und Gräber aus den ersten Jahrhunderten vor Christus. Die Zeichnungen und Statuen zeigen Hunde, die den heutigen Pudeln sehr ähnlich sehen, die Wildnetze einholen, Tiere hüten und Wild aus Sümpfen apportieren. Obwohl einige behaupten, dass der Miniatur und der Toypudel kurz nach dem Standard entstanden sind, glauben viele, dass die Züchter erst um 1400 begannen, kleinere Versionen des Pudels zu züchten, zuerst den Miniatur, dann den Toypudel, um die Pariser Burgioisi zu erfreuen. Die Toy- und Miniaturvarianten entstanden durch die Verpaarung kleiner Pudel untereinander, nicht durch die Verpaarung von Pudeln mit kleineren Rassen. Die Franzosen benutzten den größeren Standard-Pudel für die Entenjagd und den mittelgroßen Zwergpudel zum Aufspüren von Trüffeln in den Wäldern. Der winzige Toypudel hingegen diente in erster Linie als Begleiter des Adels und der wohlhabenden Kaufmannsschicht. Wohlhabende Besitzer in der Renaissance trugen ihre Toypudel oft in ihren weiten Hemdsammeln, was ihnen den Spitznamen Ärmelhunde einbrachte. Zigeuner und reisende Artisten lernten, dass Pudel sich auch für einen anderen Beruf eignen, Zirkushunde. Sie trainierten Pudel für Kunststücke, kleideten sie in Kostüme und formten ihr Feld zu fantasievollen Formen, um ihre Attraktivität auf der Bühne zu erhöhen. Wohlhabende Gönner wurden aufmerksam und begannen, ihre eigenen Pudel zu scheren, zu schmücken und sogar zu färben. Der Kennel Club in England registrierte 1874 den ersten Pudel und zwei Jahre später entstand der erste britische Club für Pudelliebhaber. Persönlichkeit und Charakterzüge Intelligent, liebevoll, treu und verschmitzt sind vier Worte, mit denen Pudelliebhaber die Persönlichkeit dieser Rasse beschreiben. Der Pudel ist auch für das bekannt, was seine Fans einen Hauch von Vornehmheit nennen, eine würdevolle Haltung, die schwer zu beschreiben, aber leicht am Hund zu erkennen ist. Trotz seines majestätischen Aussehens hat der Pudel einen Hang zum Blödsinn und liebt es zu spielen. Er ist immer für ein Spiel zu haben, egal welcher Artikel. Außerdem ist er sehr menschenbezogen und sehr anhänglich. Kombiniert man dies mit seiner legendären Intelligenz, erhält man einen Hund, der sehr gut erziehbar ist. Ein guter Pudel, dem Hundemanieren beigebracht wurden, hat ein ruhiges Gemüt, vor allem wenn er regelmäßig Bewegung bekommt, um seine natürliche Energie abzubauen. Einige Besitzer und Züchter sind der Meinung, dass die kleineren Toy- und Miniaturpudel etwas nervöser sind als der Standardpudel, andere Züchter und Besitzer sind jedoch anderer Meinung. Der Pudel beschützt sein Zuhause und seine Familie, und wenn sich Fremde ihrem Haus nähern, gibt er ein Warnbällen von sich, um sie darauf hinzuweisen. Und obwohl er seiner Familie gegenüber sehr anhänglich ist, kann es eine Weile dauern, bis er sich mit neun Menschen anfreundet. Ein herausragender Charakterzug des Pudels ist seine Intelligenz. Ihm wird oft eine menschenähnliche Intelligenz nachgesagt, eine erstaunliche Cleverness, die seine Besitzer verblüfft. Natürlich kann es schwierig sein, mit intelligenten Hunden zu leben. Sie lernen schnell, gute und schlechte Angewohnheiten, und sie merken sich alles. Rassetypische Krankheiten Pudel sind im Allgemeinen gesund, aber wie alle Rassen sind sie anfällig für bestimmte Gesundheitsstörungen. Nicht alle Pudel bekommen eine oder alle dieser Krankheiten, aber es ist wichtig, dass sie sich dessen bewusst sind, wenn sie diese Rasse in Betracht ziehen. Edison-Krankheit Diese äußerst schwerwiegende Erkrankung, die auch als Hypoadrenokortizismus bekannt ist, wird durch eine unzureichende Produktion von Nebennierenhormonen durch die Nebenniere verursacht. Die meisten Hunde mit Morbus Addison erbrechen, haben wenig Appetit und sind lethargisch. Da diese Anzeichenwaage sind und mit anderen Krankheiten verwechselt werden können, wird diese Krankheit leicht übersehen, bis sie ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Schwerwiegendere Anzeichen treten auf, wenn ein Hund gestresst ist oder wenn der Kaliumspiegel so hoch ist, dass er die Herzfunktion beeinträchtigt, was zu einem schweren Schock und zum Tod führt. Wenn der Verdacht auf Addison besteht, kann Ihr Tierarzt eine Reihe von Tests durchführen, um die Diagnose zu bestätigen. Magendilatation Volvulus Hierbei handelt es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung, von der große, tiefbrüstige Hunde wie Pudel betroffen sind, insbesondere wenn sie eine große Mahlzeit am Tag erhalten, schnell fressen, nach dem Fressen große Mengen Wasser trinken und sich nach dem Fressen stark bewegen. Eine Blähung tritt auf, wenn sich der Magen mit Gas oder Luft aufbläht und dann verdreht. Der Hund kann nicht rülpsen oder erbrechen, um die überschüssige Luft im Magen loszuwerden und der normale Rückfluss des Blutes zum Herzen wird behindert. Der Blutdruck sinkt und der Hund gerät in einen Schockzustand. Ohne sofortige medizinische Hilfe kann der Hund sterben. Der Verdacht auf Blähungen besteht, wenn Ihr Hund einen aufgeblähten Bauch hat, übermäßig speichelt und wirkt, ohne sich zu übergeben. Er kann auch unruhig, deprimiert, lethargisch und schwach sein und einen schnellen Herzschlag haben. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Hund so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen. Kusshingskrankheit, Hyperatrenokortizismus Dieser Zustand tritt auf, wenn der Körper zu viel Cortisol produziert. Dies kann auf ein Ungleichgewicht der Hypophyse oder der Nebenniere zurückzuführen sein, oder es kann auftreten, wenn ein Hund aufgrund anderer Erkrankungen zu viel Cortisol produziert. Häufige Anzeichen sind übermäßiges Trinken und Urinieren. Wenn Ihr Pudel diese beiden Symptome zeigt, bringen Sie ihn zum Tierarzt. Es gibt Behandlungen, die bei dieser Krankheit helfen können, einschließlich Operationen und Medikamente. Epilepsie Eine häufige Ursache für Krampfanfälle bei allen Pudelarten ist die idiopathische Epilepsie. Sie wird oft vererbt und kann leichte oder schwere Anfälle verursachen. Krampfanfälle können sich durch ungewöhnliches Verhalten bemerkbar machen, zum Beispiel durch wildes Laufen, als ob er gejagt würde, torkeln oder verstecken. Anfälle sind beängstigend anzusehen, aber die Langzeitprognose für Hunde mit idiopathischer Epilepsie ist im Allgemeinen sehr gut. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Anfälle auch durch viele andere Ursachen als idiopathische Epilepsie verursacht werden können, zum Beispiel durch Stoffwechselstörungen, Infektionskrankheiten, die das Gehirn befallen, Tumore, Gifte, schwere Kopfverletzungen und vieles mehr. Wenn Ihr Pudel unter Anfällen leidet, sollten Sie ihn daher sofort zum Tierarzt bringen, um ihn untersuchen zu lassen. Hüftdysplasie Wenn die Hüftfanne schlecht geformt ist oder die Bänder so locker sind, dass der Oberschenkelknochen, genannt Femur, teilweise aus der Hüftpfanne gleiten kann, spricht man von Dysplasie. Die Hüftdysplasie des Hundes wird vererbt, wobei Umweltfaktoren manchmal eine große Rolle bei der Entwicklung spielen. Im Laufe der Zeit kommt es zu einer Degeneration des Gelenks, die Arthrose, Schmerzen und sogar Lahmheit verursachen kann. Übergewicht, übermäßige oder längere Bewegung vor der Geschlechtsreife, schnelles Wachstum und kalorienreiche oder ergänzende Ernährung können zur Entwicklung einer Hüftdysplasie bei Hunden beitragen. Die tierärztliche Behandlung umfasst Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente und in einigen Fällen auch eine Operation. Hypothyreose Eine Hypothyreose wird durch eine unteraktive Schilddrüse verursacht. Sie wird für Erkrankungen wie Epilepsie, Haarausfall, Fettleibigkeit, Lethargie, Hyperpigmentierung, Pyodermie und andere Hauterkrankungen verantwortlich gemacht. Leckpertes-Krankheit Dies ist eine weitere Krankheit, die das Hüftgelenk betrifft. Viele Teurassen sind anfällig für diese Krankheit. Wenn Ihr Pudel an Leckpertes erkrankt, ist die Blutzufuhr zum Oberschenkelkopf, dem großen hinteren Beinknochen, verringert und der Oberschenkelkopf, der mit dem Becken verbunden ist, beginnt sich aufzulösen. In der Regel treten die ersten Anzeichen von Leckpertes, das Hinken und die Atrophie der Beinmuskulatur, bei Welpen im Alter von 4 bis 6 Monaten auf. Die Erkrankung kann durch eine Operation behoben werden, bei der der erkrankte Oberschenkelknochen abgetrennt wird, sodass er nicht mehr mit dem Becken verbunden ist. Das bei der Operation entstehende Narbengewebe bildet ein falsches Gelenk und der Welpe ist in der Regel schmerzfrei. Patella-Luxation Die Patella ist die Kniescheibe. Luxation bedeutet die Verlagerung eines anatomischen Teils. Bei einer Patella-Luxation verschiebt sich das Kniegelenk nach innen und außen, was Schmerzen verursacht. Dies kann zu Lähmungen führen, aber viele Hunde führen ein relativ normales Leben mit dieser Erkrankung. Progressive Retina Atrophy, auch genannt PRA. PRA gehört zu einer Familie von Augenkrankheiten, bei denen es zu einer allmählichen Verschlechterung der Netzhaut kommt. Im Frühstadium der Krankheit werden die betroffenen Hunde nachtblind. Mit dem Fortschreiten der Krankheit verlieren sie das Sehvermögen am Tag. Viele betroffene Hunde passen sich sehr gut an ihre eingeschränkte oder fehlende Sehkraft an, solange die Umgebung gleich bleibt. Hypoplasie des Sehnervs Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine angeborene Entwicklungsstörung des Sehnervs. Sie führt zu Blindheit und abnormaler Pupillenreaktion im betroffenen Auge. Sebaceous Adenitis, auch genannt SA. SA ist ein ernstes Problem bei Pudeln, insbesondere bei Standardpudeln. Man schätzt, dass 50% aller Standardpudel die Träger bzw. betroffen sind. Diese genetisch bedingte Erkrankung ist schwer zu diagnostizieren und wird oft mit einer Schilddrüsen unter Funktion, Allergien oder anderen Erkrankungen verwechselt. Wenn ein Hund SA hat, entzünden sich die Talgdrüsen in der Haut aus unbekannten Gründen und werden schließlich zerstört. Diese Drüsen produzieren normalerweise Talg, ein fetthaltiges Sekret, das die Haut vor dem Austrocknen schützt. Die Krankheit wird in der Regel erstmals im Alter von 1 bis 5 Jahren festgestellt. Betroffene Hunde haben typischerweise trockene, schuppige Haut mit Haarausfall auf dem Kopf, im Nacken und auf dem Rücken. Schwer betroffene Hunde können verdickte Haut und einen unangenehmen Geruch sowie sekundäre Hautinfektionen aufweisen. Obwohl das Problem in erster Linie kosmetischer Natur ist, kann es für den Hund sehr unangenehm sein. Bei Verdacht auf SA wird Ihr Tierarzt eine Biopsie der Haut durchführen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Von Willebrandkrankheit Hierbei handelt es sich um eine vererbte Blutkrankheit, die die Fähigkeit des Blutes zur Blutgerinnung beeinträchtigt. Das Hauptsymptom sind übermäßige Blutungen nach einer Verletzung oder Operation. Andere Symptome sind Nasenbluten, Zahnfleischbluten oder Blutungen im Magen oder Darm. Es gibt keine Heilung und eine Bluttransfusion aus dem Blut normaler Hunde ist derzeit die einzige Behandlung. Derzeit wird an neuen Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich Medikamenten, geforscht. Die meisten Hunde mit dem von Willebrandt-Syndrom können ein normales Leben führen. Ein Tierarzt kann ihren Hund auf diese Krankheit testen. Hunde mit dieser Krankheit sollten nicht gezüchtet werden. Haltung Pudel fühlen sich in jeder Art von Haus wohl, von der Wohnung bis zum Anwesen, solange sie regelmäßigen Auslauf und viel menschliche Gesellschaft haben. Sie bevorzugen es, mit der Familie im Haus zu leben, vor allem die kleineren Toi- und Miniaturpudel. Diese intelligente Rasse lernt schnell, aber die Besitzer sollten vorsichtig sein. Es ist genauso leicht, dem Pudel versehentlich schlechte Angewohnheiten beizubringen wie gute. Wenn Sie also noch keine Erfahrung mit Hunden haben, sollten Sie einen Gehorsamkeitskurs bei einem erfahrenen Trainer belegen. Das gilt auch für Toi- und Miniaturpudel. Viele Besitzer von kleinen Hunden versäumen das Training und haben am Ende einen schlecht erzogenen Hund. Fütterung Wie viel Ihr erwachsener Hund frisst, hängt von seiner Größe, seinem Alter, seinem Körperbau, seinem Stoffwechsel und seinem Aktivitätsniveau ab. Hunde sind Individuen, genau wie Menschen, und sie brauchen nicht alle die gleiche Menge an Futter. Es versteht sich fast von selbst, dass ein sehr aktiver Hund mehr braucht als ein Stubenhocker. Auch die Qualität des Hundefutters, das sie kaufen, macht einen Unterschied, je besser das Futter ist, desto besser wird Ihr Hund ernährt und desto weniger müssen Sie in den Napf Ihres Hundes schütten. Wie jede Rasse nimmt auch der Pudel zu, wenn er überfüttert wird, was zu Gelenkproblemen und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Begrenzen Sie die Anzahl der Leckerlis, halten Sie ihn aktiv und füttern Sie ihn in den Mahlzeiten, anstatt ihm ständig Futter zur Verfügung zu stellen. Obwohl viele Besitzer von Zwergpudeln oder Tollpudeln ihren Hunde zusätzlich am Tisch füttern, sollten sie den flehenden Blicken widerstehen. Sie schaffen sich sonst damit einen wählerischen Esser. Er wird die Nase beim Hundefutter rümpfen, was für ihn jedoch gesünder ist. Halten Sie Ihren Pudel fit, indem Sie sein Futter abmessen und zweimal am Tag füttern, anstatt ständig Futter herumstehen zu lassen. Dies sollten Sie insbesondere beim Großpudel beherzigen. Große und tiefbröstige Hunde neigen zu Magendrehungen, wenn sie zu schnell viel Nahrung aufnehmen, große Mengen Wasser dabei trinken und danach zusätzlich herumtollen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob er übergewichtig ist, machen Sie den Sehtest und den Praxistest mit ihm. Schauen Sie zuerst an ihm herunter. Sie sollten eine Taille sehen können. Legen Sie dann Ihre Hände auf seinen Rücken, die Daumen entlang der Wirbelsäule, die Finger nach unten gespreizt. Sie sollten seine Rippen fühlen, aber nicht sehen können, ohne dass Sie stark drücken müssen. Wenn das nicht der Fall ist, braucht er weniger Futter und mehr Bewegung. Fellfarbe und Pflege Der Pudel ist eine Rasse, die nicht hart, und eine gute Wahl für Allergiker. Viele Allergiker können einen Pudel halten, ohne dass sie darauf reagieren. Je nach Haarart unterscheidet man zwischen dem Wollpudel und dem kaum noch verbreiteten Schnürenpudel. Der Wollpudel hat ein üppiges, dichtes Fell, fein und wollig mit guter Textur. Es ist gut gekräuselt und ebenmäßig lang. Schnürenpudel hingegen kommen mit etwa 20 cm langen Schnürenbehangen daher. Dessen Haarkleid ist fein und gekordelt. Nach dem FCI-Standard sind die folgende Fellfarben braun, weiß, schwarz, rot, silbergrau und aprikot zulässig. Alle anderen Farben werden in der Pudelzucht als Fehlfarben deklariert und sind nicht erwünscht, dennoch sind in einigen Ländern zweifarbige Pudelwelpen sehr beliebt. Die Pflege eines Pudels ist nichts für schwache Nerven. Pudel sind sehr pflegeintensive Hunde. Er muss regelmäßig gepflegt werden, alle drei bis sechs Wochen, manchmal auch öfter, um das Fell in gutem Zustand zu halten. Wenn Sie einen Pudel in Erwägung ziehen, bedenken Sie die Pflege des Fells und die Kosten für die Fellpflege. Lassen Sie sich aber nicht abschrecken. Es gibt viele Möglichkeiten, das Fell zu stylen, um die Pflege zu erleichtern. Viele Besitzer rasieren es sogar einfach ab. Allerdings bedeutet einfache Pflege nicht, dass es keine Pflege gibt. Selbst wenn Ihr Pudel kurz geschoren ist, muss er alle drei bis sechs Wochen gebürstet, gebadet und getrimmt werden, manchmal auch öfter, damit das Fell sauber, kurz und frei von Verfilzungen bleibt. Viele Besitzer bezahlen einen professionellen Hundefrisör, aber wenn sie engagiert sind und die Zeit haben, können sie lernen, ihren Pudel selbst zu pflegen. Sie brauchen eine gute elektrische Schermaschine mit Klingen, eine gute Schere, eine Bürste, einen Kamm, einen Zehennagelschneider und ein gutes Buch oder Video über die Fellpflege. Es gibt viele auf dem Markt, die sich speziell an Pudelbesitzer richten. Auch wenn Sie die komplizierten Dinge einem Profi überlassen, muss Ihr Pudel täglich gebürstet werden. Da Pudel nicht wie andere Rassenhaaren, sammelt sich loses Haar im Fell und wenn es nicht täglich ausgebürstet wird, verfilzt das Haar sehr schnell. Viele Pudel haben tränende Augen, die das Haar unter den Augen verfärben. Je heller das Fell Ihres Hundes ist, desto auffälliger sind die Tränenflecken. Wischen Sie die Augenpartie und das Gesicht jeden Tag mit einem alkoholfreien Taschentuch oder einem mit warmem Wasser angefeuchteten Waschlappen ab, um die Fleckenbildung zu verringern. Achten Sie darauf, die Ohren Ihres Pudels wöchentlich auf Schmutz, Rötungen oder übeln Geruch zu untersuchen, die auf eine Infektion hindeuten können. Wischen Sie sie dann wöchentlich mit einem Wattebausch aus, der mit einem sanften, pH-ausgewogenen Ohrreiniger angefeuchtet wurde, um Probleme zu vermeiden. Rassen mit hängenden Ohren sind anfällig für Ohrinfektionen, da der Gehörgang dunkel und feucht bleibt. Außerdem wachsen im Gehörgang des Pudels Haare. Manchmal müssen diese Haare ausgezupft werden. Fragen Sie Ihren Hundefrisör oder Tierarzt, ob dies für Ihren Hund notwendig ist. Putzen Sie die Zähne Ihres Pudels mindestens zweimal bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und die darin lauernden Bakterien zu entfernen. Tägliches Zähneputzen ist sogar noch besser, wenn Sie Zahnfleischerkrankungen und Mundgeruch vorbeugen wollen. Schneiden Sie die Nägel einmal oder zweimal im Monat, wenn Ihr Hund sie nicht auf natürliche Weise abnutzt. Wenn man sie auf dem Boden klappern hört, sind sie zu lang. Kurze, sauber geschnittene Nägel halten die Pfoten in gutem Zustand und verhindern, dass ihre Beine zerkratzt werden, wenn Ihr Pudel begeistert aufspringt, um sie zu begrüßen. Gewöhnen Sie Ihren Pudel schon im Welpenalter daran, gebürstet und untersucht zu werden. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um ihre Füße geht, und schauen Sie ihm ins Maul. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht, und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Handgriffe, wenn er erwachsen ist. Achten Sie bei der Fellpflege auf Wunden, Ausschläge oder Anzeichen einer Infektion wie Rötungen, Druckempfindlichkeit oder Entzündungen auf der Haut, in Nase, Maul und Augen sowie an den Füßen. Die Augen sollten klar sein, ohne Rötung oder Ausfluss. Ihre sorgfältige wöchentliche Untersuchung wird Ihnen helfen, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen. Kinder und andere Haustiere Der Pudel ist ein wunderbarer Begleiter für Kinder, obwohl kleine Kinder, die nicht wissen, wie man mit einem Hund umgeht, einen Zwergpudel, die kleinste und zarteste Variante der Rasse, versehentlich verletzen könnten. Wie bei jeder anderen Hunderasse sollten Sie Ihren Kindern beibringen, wie sie sich Hunden nähern und sie anfassen können, und Sie sollten alle Interaktionen zwischen Hunden und kleinen Kindern stets beaufsichtigen, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder an den Ohren oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er frisst oder schläft, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Kein Hund, auch wenn er noch so freundlich ist, sollte jemals unbeaufsichtigt mit einem Kind gelassen werden. Pudel, die mit anderen Hunden oder Haustieren im Haus aufgewachsen sind, oder die in Gruppentrainingskursen, Hundeparks und dergleichen viel Gelegenheit haben, mit ihnen zu interagieren, werden deren Gesellschaft genießen. Wenn Ihr Pudel jedoch daran gewöhnt ist, das einzige Haustier im Haushalt zu sein, braucht er vielleicht etwas Zeit und ein spezielles Training, damit er einen Neuankömmling akzeptiert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!